ja Joa hallo wir haben einen Bug auf Dagobars gefunden auf Dagobar ich darf in die falsche Richtung und suchen ihn gerade das ist ein Baum ich hab den Baum da ist der Baum einfach hier hoch und hier rein da hoch da rein und wir sind drin dann kann man damit ein Scharf schützen durch Löcher ja wenn die Gegner nicht sehen ist das doch ein bisschen doof ja es ist nicht wirklich so ein Bug ist so ein kleiner Trick sag ich mal ich bin gerade gestorben ja das war's ist schon wieder hier auf Dagobar würde ich sagen ich will noch einmal zeigen wie man auf Dagobars sterben kann das kann man ja nicht immer man kann sich ja nur selbst ausschalten oder getötet werden wie willst du hier auf Dagobar sterben? ich hab's gerade geschafft ich zeige es so man muss einfach zu diesem Baum wieder wenn ich ihn finde und dann ja da liegt Muni der Mann und dann wo ist denn der Gammelbaum? irgendwo bei drei hab ihn gefunden da und dann? man muss halt warte man muss einfach erstmal hier rein und dann so wie ich gerade da irgendwo zwischen zwei Wurzeln und dann stirbt man und verliert man sein Leben ich bin hier einfach wieder da durch und du wurdest da redet ja das ist scheiße wenn die Gegner dabei sind na gut aber ihr könnt halt da drin stehen und ja ich würde sagen das war's ne ja ok achso dann ciao ja bis dann ja